Ein wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die Welt. Heute ist der 18. September 2020. Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir und der Silbersee macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Er scheint wirklich silber und die dichte Wolkendecke spiegelt sich wieder. Wir haben heute einen etwas bewölkten Tag, der nachher auflockern wird. Ab morgen ist es wieder sonnig und warm, aber wir genießen den heutigen Tag. Also die Wolken und das Wasser, es ist eigentlich alles Hellsilber und Dunkelsilber. Richtig, so sieht es wirklich aus. Und auf der anderen Uferseite sehen wir den grünen Streifen dieser Berge, wo dort die Wälder stehen, die sich jetzt auch so ganz langsam schon so ein bisschen gelblich einfärben. Eine wunderschöne Kulisse. Ja, und wir haben wieder eine Menge für euch heute zusammengetragen. Wir möchten anfangen mit einem Interview mit dem Hirnforscher Gerald Hüther, den wir beide sehr schätzen. Das Interview hat die Berner Zeitung geführt, weil er dort einen Vortrag hält. Und er hat auch ein neues Buch herausgebracht. Und ich denke mal, dass das auch wirklich interessant ist für viele Menschen in dieser Zeit. Wege aus der Angst. Und er spricht darüber, wie Angstmuster sich im Gehirn, im Verhalten, im Bewusstsein des Menschen festsetzen und wie man sich von denen auch wieder lösen kann. Und er sagt, ich beobachte Phänomene in unserer Gesellschaft wie Angst, Liebe oder Demenz. Dann tauche ich mit meinem Hintergrund als Gehirnforscher tief ein in die Problematik. Indem ich meine Gedanken aufschreibe, ordne ich sie. Am Ende habe ich ein Manuskript vor mir, das ich auch anderen zeigen kann. Also und er spricht eben über sein Buch. Er sagt, er ist auch Biologe, der sich bereits als Kind in die Vielfalt des Lebendigen verliebt hat. Und er sagt, es ärgert mich, dass unsere Spezies im Begriff ist, diese Lebendigkeit zu ruinieren. Darüber sprechen wir ja auch öfter, denn das Leben ist viel reichhaltiger und lebendiger, als wir es oft einordnen. Und worum geht es in dem Buch? Gerald Hüther antwortet, ich habe das Buch geschrieben, weil ich Antworten auf die Mikrobenproblematik finden wollte. Im Gegensatz zu Tieren, die erst bei einer gefährlichen Situation Angst empfinden, können wir Menschen bereits Angst haben, wenn wir uns eine gefährliche Situation vorstellen. Leider wird in unserer Gesellschaft Angst oft geschürt, um bei den Menschen ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen. Dieses Phänomen ist in dieser Mikrobenkrise besonders deutlich zutage getreten. Und er sagt, Angstmacherei ist eine Unart unserer ganzen Gesellschaft. Das beginnt schon bei den Eltern, die den Kindern sagen, sie sollten sich in der Schule anstrengen, weil sie sonst ein schlechtes Zeugnis erhalten und später im Leben nichts erreichen. Auch die Werbung operiert mit Angst. Sie suggeriert uns zum Beispiel, wer nicht eine bestimmte Faltencreme benutzt, wird zu einer hässlichen alten Tante, mit der niemand etwas zu tun haben will. Diese systemimmanente Angst kann eskalieren. Und er sagt, da wird er gefragt in dem Interview, eskaliert sie denn im Moment? Die Angst und Hüther antwortet, sie ist bereits eskaliert. Das Fatale daran ist, dass es sehr schwierig ist, verängstigte Menschen wieder zu beruhigen. Und er wird dann hier gefragt, vor allem würden, so heißt es hier, verängstigte Menschen gerne Verschwörungstheorien anhängen. Und Hüther antwortet, wenn Leute an Verschwörungstheorien glauben, dann handelt es sich dabei in der Regel um eine Bewältigungsstrategie. Es ist einfacher, mit einer Bedrohung umzugehen, wenn man glauben kann, dass dahinter ein übergeordneter Plan steckt. Ich finde es allerdings keine gute Idee, Kritiker des bisherigen Umgangs mit der Corona-Problematik als Verschwörungstheoretiker abzukanzeln. Und er wird gefragt, was wäre denn besser? Sie sagt, dass man aufhört, den Leuten Angst zu machen, nur weil man erreichen will, dass sie sich an die Vorgaben halten. Und er sagt, ich unterstelle niemandem eine böse Absicht. Das Grundproblem liegt in der Art und Weise, wie wir unser wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben seit einigen Jahrzehnten gestalten. Einen großen Teil der Verantwortung sehe ich bei den Medien, die sich finanzieren müssen über Abonnenten oder Quoten. Sie stehen deshalb in der Versuchung, große Sensationsmeldungen zu bringen. Und auch die Politiker haben ohne finanzielle Interessen, sagt dann der Interviewer, vor dem Coronavirus gewarnt. Und Hüther antwortet, die Politiker haben ein Interesse daran zu zeigen, wie gut sie eine schwierige Situation managen können. Und die Gesundheitsexperten möchten zeigen, wie wichtig sie sind. Das Leben ist aber immer gefährlich. Man kann den Leuten nicht sagen, wenn sie das und das machen, dann kommt das alles gut. Wir müssen die Unkontrollierbarkeit des Lebendigen annehmen. Erst wenn wir aufhören, alles kontrollieren und beherrschen zu wollen, dann sind wir frei. Ja, da geht einem das Herz auf, wenn man so etwas hört. Eine solche klare Struktur und eine solche saubere Einordnung. Und vor allem auch die Fragen, die sich dabei öffnen. Denn wenn er beispielsweise davon spricht, dass er sagt, er geht nicht davon aus, dass da tatsächlich eine böse Absicht hintersteht, dann muss man erstmal definieren, was natürlich böse überhaupt ist. Und wenn man dann weitergeht, gerade so, wie ich das ja mache als Kommentator, und ich versuche dann die Strukturen zu erkennen, welcher Hintergrund dahinter steht. Also es heißt zum Beispiel, er sagt, dass die Medien abhängig sind von Abonnentenzahlen und auch von Werbungen. Sie sind aber auch mittlerweile abhängig von Finanziers, die im Hintergrund auftreten können. Auch private Finanziers. Und die könnten wiederum Interessenvertretungen haben. Das allerdings ist schon wieder eine Verschwörungstheorie, glaubt man. Wenn man aber weiß, wie die Geldflüsse sind und einige sind ganz offen, dann weiß man eben halt, dass es keine Verschwörungstheorie ist, sondern ganz normale finanzielle Strukturen, die dahinterstehen und offenbar auch Aufgaben. Und ich finde das wirklich großartig, was er schreibt. Denn diese Angst, die hier geschürt wird, das ist ein System, was dahinter steht. Und wenn mit einem solchen System eine Angst geschürt wird, dann muss man sich fragen, wozu soll das Ganze führen? Wirklich zur Sicherheit und zur Gesundung der Menschen? Das können wir ausschließen, weil wir wissen, dass Angst ja selbst krank macht. Dass eben die Psyche der Menschen eben halt extrem leidet. Die Menschen sich bis hin zu Suizidgedanken im Prinzip quälen müssen. Also das kann es nicht sein. Also welche Hintergründe stehen denn dann dort hinter, hinter dieser Angstmacherei? Und das ist natürlich ein Thema, was wir hier auch immer wieder behandeln. Ja, das führt auch in die Lebendigkeit. Wenn man sagt, okay, also da gibt es jetzt hier Anordnungen, aber was kann die Ursache dafür sein? Spannend, Anordnungen auf der ganzen Welt, eben nicht nur in Deutschland oder in Holland oder in Kanada oder Australien, überall auf der ganzen Welt. Er wird noch gefragt, der Dr. Hüther, wir können nicht mehr längerfristig planen oder diese Veränderung durch die Mikrobe, die ja unser gesamtes Verhalten jetzt herausfordert. Es ist ja nichts mehr, wie es mal war und wie können wir jetzt damit umgehen und vor allem, was macht das mit unserem Gehirn? Und Gerald Hüther antwortet, unser Gehirn mag am liebsten einen Zustand, in dem alles zusammenpasst. Deswegen sitzen wir so gern daheim auf dem Sofa und gucken fern. Bei Schwierigkeiten will unser Gehirn schnelle Lösungen, damit es wieder zurück in den Energiesparmodus kann. Aber die kurzfristigen Lösungen sind langfristig oft schlecht. Zum Beispiel ist es nicht sinnvoll, jedes Mal Alkohol zu trinken, wenn man ein Problem mit seiner Frau hat. Diesen Hang zum kurzfristigen kann man nur überwinden, indem man ein längerfristiges Anliegen verfolgt, an das man glaubt. Genau das erhoffe ich mir für unsere Gesellschaft. Ein längerfristiges Anliegen, Andreas, wir sprechen ja oft auch über das Gottvertrauen, über die Natur, die in dieser Zeit uns zeigt, dass es kein anderes System auf der Welt gibt, schon gar kein Menschengemachtes, das derartig zuverlässig arbeitet wie die Natur. Die ganze Welt kippt aus den Latschen, alles wird anders. Nur die Naturgesetze bleiben gleich. Also auch wenn man in die Natur schaut, die Entwicklungen, jetzt kommt wieder der Herbst, dann kommt wieder der Winter, egal wie sich die Gesellschaft zerlegt, aber das funktioniert. Das ist ja etwas längerfristiges, Lebendiges, an das wir uns richten können und an dem wir uns auch ausrichten könnten. Ja, wir haben verlernt, dass es eine Lebenskraft gibt, die uns belebt, die die Natur belebt und nicht wir von uns aus heraus selbst leben, weil wir nämlich nicht die Schöpfung unter uns haben, sondern ein Teil der Schöpfung selbst sind. Und wenn wir das erkannt haben, dass diese Lebendigkeit tatsächlich von oben auf uns einwirkt und uns erst einmal in die Fähigkeit bringt, dass wir uns bewegen können, dass wir eigene Entscheidungen als Menschen führen können, aber auch ein Baum, dass er weiß, in welche Richtung er wächst, wie er sich der Sonne ausrichtet und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die uns abhandengekommen sind. Und hier entsteht, wenn man das verstanden hat, etwas, was man mit einem Begriff bezeichnet, der heute völlig außen vor ist, das ist die Demut. Die Demut vor der Schöpfung. Und solange wir die Demut vor der Schöpfung nicht haben, solange werden wir auch weiterhin glauben, dass wir oberhalb der Natur stehen und die Natur sogar steuern können durch Impfung, durch Chemie, durch irgendwelche Eingriffe und so weiter und so fort. Und das Ganze dann aus einer Überheblichkeit, aus einer anthropozentrischen Hybris. Also das bedeutet, als Mensch, der als Endprodukt einer Evolution angesehen wird, anstatt als Teil einer Schöpfung, der sich dankbar in den Gesetzen der Natur bewegen darf, beseelt in seinem menschlichen Körper, um dann hier seine Aufgaben zu erfüllen. Das ist uns völlig abhandengekommen. Und wir haben tatsächlich eine Situation, dass eine Gruppe von Menschen sich erhoben haben und ich kann sie nur als extrem dunkel empfinden. Und das ist die Frage, die sich gerade für mich auch ergeben hat. Dieses Orchestrierte, Weltweite, was hier gerade stattfindet, wie lässt sich so etwas durchziehen? Und Hüther spricht hier von Verschwörungstheorien. Und er sagt eben, dass die Kritiker dieser ganzen Shutdown-Geschichte und Strategie, die hier läuft, dass die eben nicht als Verschwörungstheorie gesehen werden darf. Also Sucharit Bhakti ist kein Verschwörungstheoretiker, sondern ein Professor für Biologie, der die Zusammenhänge versteht. Ein Dr. Wodak ist nicht ein Verschwörungstheoretiker, sondern ein Experte für diese Dinge. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die da irgendetwas sagen. Und wenn man das sieht, dass das alles weggebürstet wird, weggedrückt wird und stattdessen findet Angstmache statt und eine weltweite konzertierte Aktion, nämlich mit den identischen Maßnahmen nahezu weltweit, wie ist so etwas möglich? Und jetzt stelle ich mir vor, möglich ist so etwas in dieser materiellen Welt eigentlich vor allem mit Geld, mit Mitteln. Und jetzt mache ich mal eine Verschwörungstheorie. Es gibt ja Privatpersonen mittlerweile, die über Hunderte von Milliarden verfügen. Wenn wir wissen, dass wir 200 Staaten auf dieser Erde haben, 200, mehr sind das nicht. Auf der gesamten Erde befinden sich circa 200 Staaten und die haben Politiker, Parlamente und so weiter. Da sind viele Drittstaaten dabei, die man so abfällig so benennt und so weiter. Aber auch moderne Industrienationen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei 200 Staaten, und wir haben jetzt eine Privatperson, die meinetwegen über 200 Milliarden verfügt, die wäre doch in der Lage im Prinzip pro Staat eine Milliarde ein ganzes Parlament, ich sage mal, zu schmieren. Ganz schwere Verschwörungstheorie. Also nochmal, es ist eine Verschwörungstheorie. Das heißt, Deutschland zum Beispiel mit seinen überrepräsentierten Abgeordneten, mit über 700 Abgeordneten bei einem solchen kleinen Land, also ich nenne sie auch immer gerne Abgeheftete, die dort sitzen. Und jetzt kommt einer und sagt, passt mal auf, jeder von euch kriegt jetzt eine Million. Ich meine, dann sind immer noch 300 Millionen übrig. Und wenn man dann Einfluss nimmt in diese Strukturen der Politik, der Justiz und eben halt auch der Exekutive, die das Ganze ausführen müssen mit entsprechenden Geldern und auch Einflüsse nehmen kann in die Behörden, zum Beispiel in die Finanzbehörden, um sogar Steuergeldflüsse wieder zurück zu generieren, dann werden sich aus diesen 200 Milliarden, die man investiert, relativ schnell schon Rückflüsse ergeben. Und wenn man dann ein Ziel hat, zum Schluss mit 707 Milliarden Menschen zu impfen und jeder Impfstoff kostet 100 Euro beispielsweise im Verkauf, dann ist diese Investition von 200 Milliarden relativ gering. Also eine Person wäre in der Lage, durch solche extremsten Kapitalkonzentrationen, die ja Millionen pro Tag an Zinserträgen erwirtschaftet, Millionen pro Tag auf eine Person vereint, ob das gesund ist im Rahmen einer tatsächlich ausgewogenen Machtverteilung, das darf bezweifelt werden. Und hier ist meine Verschwörungstheorie schon wieder zu Ende. Ja, ich bin auch sehr froh, dass du diese selbige als solche gekennzeichnet hast, sonst hätte ich es getan jetzt an dieser Stelle sehr kühn, sehr fantastisch gedacht, Andreas. Ein Märchen. Ein kaum glaubhaftes Märchen. Nein, das ist natürlich nicht möglich, weil wir ja Rechtsstaaten haben und da würde man das natürlich nicht zulassen und verhindern. Das kann ja nicht sein, wissen wir ja. Ja, 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 es gibt hier eine Meldung, Brüssel liegt ja in Belgien und trotzdem ist es offenbar der EU-Zentrale nicht gelungen zu unterbinden, dass 1.400 belgische Ärzte und medizinisches Fachpersonal Alarm schlagen. In einem offenen Brief fordern sie, also 300 belgische Ärzte und 1.100 Angehörige aus Gesundheitsfachberufen, fordern sie ihre Regierung auf, die Mikrobenmaßnahmen unverzüglich einzustellen. Diese seien unverhältnismäßig und verursachten mehr Schaden, als dass sie gut täten. Es gibt kein Killer-Virus, Ausrufezeichen. Es gibt keine medizinische Rechtfertigung mehr für diese Politik. Und ein paar Auszüge zitiere ich euch. Da heißt es wörtlich in dem Schreiben, Wir sind der Meinung, dass die Politik verbindliche Maßnahmen eingeführt hat, die nicht ausreichend wissenschaftlich fundiert und einseitig ausgerichtet sind. Und dass es in den Medien nicht genügend Raum für eine offene Debatte gibt, in der unterschiedliche Ansichten und Meinungen gehört werden. Darüber hinaus steht die strikte repressive Politik rund um die Mikrobe in scharfem Kontrast zur bisherigen Minimalpolitik der Regierung, wenn es um Krankheitsprävention geht, wie die Stärkung des eigenen Immunsystems durch gesunde Lebensweise, optimale Versorgung mit Aufmerksamkeit für den Einzelnen und Investitionen in Pflegepersonal. Die WHO sagte ursprünglich eine Pandemie voraus, die 3,4 Prozent der Opfer, das heißt Millionen von Toten und ein hoch ansteckendes Virus, für das es keine Behandlung oder Impfstoff gibt, fordern würde. Der Verlauf von Covid-19 folgte dem Verlauf einer normalen Infektionswelle, ähnlich einer Grippesaison. Wie jedes Jahr sehen wir eine Mischung von Grippeviren, die der Kurve folgt, zuerst die Rhino-Viren, dann die Influenza A und B-Viren, gefolgt von den Corona-Viren. Es gibt nichts, was von dem abweicht, was wir normalerweise sehen. Die Mortalität hingegen erwies sich um ein Vielfaches niedriger als erwartet und liegt nahe an einer normalen saisonalen Grippe bei 0,2 Prozent. Die Zahl der registrierten Corona-Todesfälle scheint daher immer noch überschätzt zu werden und so weiter und so weiter. Im Prinzip, dann werden auch die unspezifischen PCR-Tests infrage gestellt, die viele falsch positive Ergebnisse liefern. Die gaben ein exponentielles Bild. Der Test wurde überstürzt durchgeführt, heißt es, und nie richtig getestet. Der Hersteller wies ausdrücklich darauf hin, dass dieser Test für die Forschung und nicht für die Diagnostik bestimmt sei. Da ein positiver PCR-Test nicht automatisch eine aktive Infektion oder Infektiosität anzeigt, rechtfertigt dies nicht die sozialen Maßnahmen, die allein auf diesen Tests beruhen. Und dann geht es noch um die Abriegelung, Schwedenvergleich. Also viele Dinge diskutieren wir ja regelmäßig hier. Und jetzt gibt es also auch in Belgien 1.400 Ärzte und Gesundheitsfachpersonalmitglieder, die einen offenen Brief schreiben. Jetzt denke ich gerade wieder an deine komische Verschwörungstheorie von gerade. Weil wenn so ein, das ist ja ein Aufruhr, das ist ja eine Revolution. Normalerweise müsste das jetzt weltweit verbreitet werden. Alle Welt muss nach Belgien schauen und muss diese Ärzte prüfen und wahrnehmen und die Aussagen und abwägen und diskutieren, um vielleicht zu einem anderen Schluss zu kommen. Aber so wie das hier in Belgien jetzt passiert, gibt es das schon länger in USA oder in Deutschland. Da gibt es ja auch diesen Corona-Untersuchungsausschuss. Da gab es das BMI-Papier vom Innenministerium, über 200 Seiten von Experten. Andreas, also irgendwie wäre es eine Verschwörung zu denken, dass doch mehr dahinter stecken könnte. Also mir ist gerade eben dieser Satz zum ersten Mal ganz elementar bewusst geworden, dass diese Mediziner dort sagen, dass dieser PCR-Test gemacht wurde für Forschungszwecke und nicht für die Diagnostik. Das ist ja ein unglaublich spannender und elementarer Satz. Das heißt, hier wird also quasi, wenn das dann so stimmt, jetzt unterstelle ich das mal, dass es so stimmt, denn diese Menschen, die dort sagen, diese Experten, die argumentieren ja ausschließlich mit Daten und Fakten und Zahlen, anders als Herrn Drosten, über den wir uns unterhalten haben vorgestern, der sagte, das stimmt ja alles gar nicht und das sind ja alles Verschwörungstheoretiker und wir haben recht und das war auch richtig, dass wir diesen Shutdown gemacht haben und damit ist dann die Aussage quasi elementar schon beendet. Das ist ja so das Niveau, ich sage mal, eines Praktikanten in der Bild-Zeitung, bevor er seine Ausbildung beginnt, nach dem Motto, ist ja alles so gar nicht, stimmt ja gar nicht, also das geht ja gar nicht und das nährt natürlich tatsächlich wieder so eine Verschwörungstheorie, zumal man natürlich nicht eine Person mit 200 Milliarden braucht, sondern das sind ja kleine Oligarchien, die sich da auch bilden können bei 10 Leuten in dieser Größenordnung, kämen natürlich schon eine Summe zusammen und die bräuchten quasi nur einen kleinen Teil ihrer hunderte von Milliarden Einsätzen, um also einen solchen Schmierprozess in Gang zu setzen, das alles rund läuft, auf der Basis einer Überheblichkeit, sich über die Lebendigkeit der Gesetze der Natur hinwegzusetzen. Also das ist schon eine spannende Verschwörungstheorie, doch, ich komme wirklich vorstellbar. Andreas, also wir dürfen da nicht zu weit gehen, also du tust jetzt gerade so, als ob es wirklich so wäre. Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja in der Realität, dass wir Rechtsstaatlichkeit haben. Wie gesagt, das ist auszuschließen. Aber die Geschichte, die geht schon irgendwie so fluffig durch. Du solltest Bücher schreiben. Genau, Science Fiction. Diese Gruppe sagt übrigens noch, das möchte ich euch noch vorlesen, es handelt sich nicht um ein Killer-Virus. Es gibt keinen Ausnahmezustand. Wir wollen unsere Patienten nicht als Versuchskaninchen benutzen. Also denen ist auch das Wohl der Menschen wichtig. Weltweit, heißt es weiter, wird mit 700.000 Schadensfällen oder Todesfällen als Folge des Impfstoffs gerechnet. Wenn 95 Prozent der Menschen von Covid-19 praktisch symptomfrei sind, ist das Risiko einer Exposition gegenüber einem ungetesteten Impfstoff unverantwortlich. Und dann heißt es weiter, in den letzten Monaten schienen Zeitungs-, Radio- und das Fernsehen fast unkritisch hinter dem Expertengremium der Regierung zu stehen, wo gerade die Presse kritisch sein und einseitige Regierungskommunikation vermeiden sollte. Dies hat zu einer öffentlichen Kommunikation in unseren Nachrichtenmedien geführt, die mehr einer Propaganda als einer objektiven Berichterstattung glich. Was wollen die 1.400 belgischen Ärzte und Angehörigen der Gesundheitsberufe? Ein sofortiges Ende aller Maßnahmen. Eine unabhängige Kommission, die untersucht, warum alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen aufrechterhalten werden. Und eine gründliche Untersuchung der Rolle der WHO und des möglichen Einflusses von Interessenkonflikten in dieser Organisation. Ja, das sagen Menschen, die in Beruf und in Amt und Würden sind, in wissenschaftlichen Tätigkeiten und Arbeiten. Und die sind vermutlich eben halt auch schon ein bisschen älter. Nun haben wir eine heranwachsende Generation, jetzt gerade laufen, die ja in einer extremen Sinneswandlung sich befinden müssen. Das heißt, das ist ja ein richtiger Fleischwolf, der da zurzeit richtig zustande gebracht wird. Kinder, die mit Masken rumlaufen und dadurch ihre Mimik nicht mehr ihres Gegenübers kennenlernen. Das heißt, eine massive Einschränkung der Sinne, die plötzlich stattfindet. Das ist ja eine schwere Schädigung der Menschen. Dann fällt mal einfach ein halbes Jahr oder eventuell sogar ein Jahr die Schule aus. Ich glaube, auf den Stoff des Unterrichts konzentriert sich sowieso keiner mehr, sondern jeder ist mit seiner Maske in der Schule beschäftigt. Und wahrscheinlich wird das Dauerthema sein, die Infektionsraten auf dieser Welt. Also das ist natürlich schon schwierig. Wie will man denn mit diesen Menschen nachher noch objektiv sprechen? Also mit der Maske, Andreas, da ist glaube ich, da irrst du dich. Man gewöhnt sich schneller daran, als man denkt. Man gewöhnt sich allerdings dann auch an die Non-Kommunikation. Also, dass man praktisch wenig nur noch miteinander zu tun hat und noch keinen Bock mehr hat zu sprechen unter diesem Stofflappen. Ja, und auch an den CO2 erhöhten Gehalt im Blut, der natürlich das Lernen noch weiterhin erschwert. Aber es entsteht doch dadurch mit Sicherheit ein weiterer Verdummungsprozess. Oder irre ich mich da? Vielleicht auch, ich glaube, du hast recht und wahrscheinlich auch etwas wie eine wachsende Lethargie, eine Müdigkeit, eine Gleichgültigkeit. Ja, und das ist erschreckend. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass in 20 Jahren diese Menschen, diese jungen Kinder, dann in Amt und Würden, in der Macht sind, mit schweren Schädigungen dann eventuell aus ihrer Kindheit, die ja jetzt gerade stattfindet, und wir die jetzigen Erwachsenen nichts dagegen tun und nicht auf die Straße gehen und eben nicht Alarm machen, es geht um die Kinder, dann kann man sich schon ausrechnen, was da kommen kann. Wir wollen mal über die Folgen sprechen der Mikrobenkrise. Es gibt einen Artikel, der heute erschienen ist beim Kölner Express und überschrieben ist das Ganze mit dem Satz Droht ganz NRW die Pleite? Kassensturz, jetzt kommen gewaltige Einnahmeausfälle. Der Ausbruch der Pandemie hat in Bund und Ländern Milliarden schwere Hilfspakete nach sich gezogen. Jetzt haben Steuerschätzer Kassensturz gemacht und sie sagen für NRW gewaltige Einnahmeausfälle voraus. Heftige Probleme, die verursacht werden. Die Hilfspakete während der Krise haben die Staatskassen geplündert. Bundesweit muss mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuern gerechnet werden. Also mit knapp 20 Milliarden Euro. Und das tiefe Loch wird eben auch in NRW, in den Landeshaushalt gerissen werden. Das bevölkerungsreichste Bundesland muss jetzt bis einschließlich 2023 mit insgesamt 20,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen. Ein Bundesland mit 20,7 Milliarden. Das hat das Finanzministerium in Düsseldorf mitgeteilt. Und zuvor hatte bereits der Arbeitskreis Steuerschätzung die bundesweite Prognose vorgestellt. Vor einem Jahr hätte das wahrscheinlich keiner gedacht, also dass dieses Riesengeldproblem für NRW kommen wird. Und ja, jetzt überlegt man, wie man damit umgeht. Also man merkt richtig, wie man durch den Shutdown einen Turbo in die Staatspleite, in die zukünftige eingebaut hatte. Denn es war klar, dass das sowieso kommen würde. Das weiß man schon seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Das hat nämlich was mit Mathematik zu tun. Man kann so etwas hoch rechnen. Aber jetzt kommen natürlich durch solche Shutdown-Maßnahmen, und das ist natürlich ein willkommenes Ablenkungsmanöver von den tatsächlichen Systemproblemen, 20 Milliarden in Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr 20.000 bis 20.000 zählt, 1, 2, 3, 4 bis 20.000. Und hinter jeder Zahl steht eine Million Euro. Dann haben wir 20 Milliarden. Zählt mal langsam nur bis 1.000. Und wenn ihr dann 20 Mal bis 1.000 gezählt habt, und hinter jeder Zahl steht eine Million, dann wisst ihr, um welche Größenordnung es euch handelt. Nein, wir haben hier natürlich ein Systemproblem, und dieses Systemproblem wird jetzt tatsächlich beschleunigt. Und wenn wir jetzt natürlich noch diese ganzen sogenannten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen machen, die gefördert werden, da gibt es dann bekannte Stars oder bekannte Menschen, die auf der Bühne auftreten, die Künstler und so weiter, die jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt eben staatliche Unterstützung haben, weil die alle in Schwierigkeiten sind. Ich verstehe diese Situation. Aber was passiert denn? Da kommen dann eben halt große Geldmengen, die dann reingepumpt werden, in zum Beispiel irgendwelche Künstlerkassen und so weiter, um zu überleben. Aber irgendeiner muss das Geld wieder zurückzahlen. Zumindest muss das in irgendeiner Form finanziert werden, in Form von erhöhten Steuermaßnahmen. Das sind die Leute, die aber sich dann nachher kein Ticket mehr fürs Theater leisten können, weil sie nämlich durch ihre späteren Steuererhöhungen, die jetzt für die Künstler zum Überleben bezahlt werden, merkt ihr, hier beißt sich die Katze in den Schwanz und hier wird das Ganze insgesamt geklärt. Deshalb lege ich so unglaublich viel Wert darauf und werde nicht müde von der endlichen neuen Systematik und der neuen Normalität zu sprechen, aber im Sinne einer tatsächlichen neuen Systematik, die den Menschen dient, Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht Menschen, die der Wirtschaft zu dienen haben oder in diesem Fall sogar der politischen Liga zu dienen haben. Mittlerweile sind über 70 Prozent der Menschen direkt oder indirekt vom Staat abhängig. Ob das nun die Beamten sind, öffentlich Bedienstete, ob das Lehrer sind, aber auch kleine Unternehmen beispielsweise, die von Staatsaufträgen leben, Zeitungen zum Beispiel, aber Unternehmen, ein kleiner Malermeister, der beispielsweise in der Schule dann die Kellerwände eben halt neu weist oder kalt oder was auch immer da macht und die vielen Sozialhilfeempfänger, die vielen Umschulungsmaßnahmen, das heißt, hier findet ja im Prinzip eine Situation statt, dass vermutlich der größte Teil der Menschen direkt oder indirekt vom Staat abhängig ist. Nun muss man wissen, dass wir alle vier Jahre eine Wahl haben. Diese Wahl eine Kontrolle des Staates, also der Staatsführung sein soll. Wenn aber die Kontrolle stattfindet durch die Abhängigen, die dort nämlich vom Staat abhängig sind, wie soll denn da noch eine Kontrolle überhaupt stattfinden, wenn die Wähler selbst von den Führern abhängig sind, die sie jetzt nun bewerkstelligen sollen oder auch kontrollieren sollen? Also man merkt hier, wir müssen komplett umdenken, wenn wir einfach so weiter wursteln auf dieser Basis, kommen wir nicht weiter. Ja, also wir sind ja mitten in einem Prozess, den wir als großen Transformationsprozess betrachten und auch als Chance für jeden Einzelnen, sich auf eine neue Zeit einzurichten. Ich meine, es wird von den Politikern seit vielen Jahren von einer neuen Weltordnung gesprochen, von einer Abkehr der Nationalstaaten, der Souveränität der Nationalstaaten. Frau Merkel als deutsche Bundeskanzlerin hat das 2011 in einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche Deutschlands zum Besten gegeben. Inzwischen findet man den Begriff neue Weltordnung auch in allen möglichen Wörterverzeichnungen. Also Herr Timmermans von der EU spricht ständig über die neue Weltordnung und ist schon dabei, auch die Welt umzubauen. Und dazu gehört auch, und darüber wird auch in Brüssel ganz offen gesprochen, eine Vermischung der Rassen als gewollt. Also einfach, dass es auch am Ende eine einheitliche Bevölkerung gibt. Das ist aber auch schon eigentlich lange Plan. Also schon in den 20er Jahren hatte Herr Kudenhof-Kalergi davon fantasiert. Und es ist halt umgesetzt worden. Es dauert alles seine Zeit. Aber wenn wir sehen, dass schon in den 60er, 70er Jahren ja mehr oder weniger das alles mit eingeleitet wurde, dann, und wir konnten das auch beobachten. Wir konnten ja viele dieser Merkmale einer neuen Gesellschaft, konnten wir jahrzehntelang beobachten und viele sind halt überhaupt nicht stutzig geworden. Die haben gesagt, so ist die Zeit und die Zeit vergeht und mit der Zeit verändert sich alles. Ja, dann passen wir uns halt an, dann verändern wir uns mit. Anstatt die Idee zu haben, zu sagen, halt, gefällt uns nicht, wir widersetzen uns, wir stoppen diese Entwicklung, wir sind doch einer Entwicklung nicht hilflos ausgeliefert. Heute allerdings erscheint es mir, dass wir der Entwicklung hilflos, machtlos ausgeliefert sind, seit die Mikrobe da ist, spätestens. Ja, man merkt natürlich sehr deutlich anhand dieser Agenda, die man ja erahnen kann anhand den ganzen Maßnahmen, dass nicht die Politiker selbst, die in den Parlamenten sitzen und ab und zu mal in irgendwelchen Talkshows sitzen, an der Macht sind und dort die entsprechenden Hebel bewegen. Denn die unterhalten sich über den Krümmungsgrad der Gurke oder diskutieren über ein Lastenfahrrad oder über vegetarische Ernährung in irgendwelchen Casinos. Also die Problematik, also Casino in den, wie heißt es da nochmal? Kantinen. Kantinen, die haben unsere Kantine immer Casino genannt. Also insofern, das war ein interner Witz. Also so ist das halt. Und wir merken eben halt, dass hier offenbar die Machtstrukturen eben halt von ganz außerhalb kommen. Und was du gerade deutlich machtest, dieser Rassismus, den neuen rot-grünen Rassismus, den wir haben, nämlich die Vermischung als politische Doktrin. Nicht die Vermischung als logische Konsequenz von zwei Menschen, die sich verlieben, unterschiedlicher Ethne sind, unterschiedlicher Mentalitäten. Und die würden jetzt miteinander zusammenkommen, sich verlieben, Kinder haben. Ist doch völlig normal, überhaupt keine Frage. Kann keiner was dagegen haben. Aber eine politische Doktrin der Vermischung, die man erkennen kann, ist für mich ähnlich wie eine politische Doktrin der Reinhaltung. Hatten wir auch mal. Das sind also rassistische Grundlagen, eben halt nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und all diese Dinge dürfen natürlich überhaupt nicht mehr, ich sage mal, diskutiert werden. Und wir merken tatsächlich, von den Politikern werden wir im Rahmen einer tatsächlich neuen Welt, die sich mit der Lebendigkeit, mit der Schöpfung, mit den Naturgesetzen, mit der Demut auseinandersetzen, nichts zu erwarten haben. Das muss von den Menschen selbst kommen. Also wer aus einer EU-Verfassung Gott herausstreicht und sagt, den brauchen wir nicht, der hat sich selber schon aufgegeben. Und wer in einer EU-Verfassung, die wir haben, der Vertrag von Lissabon über Umwege auch die Todesstrafe wieder einführt für Notfälle, also der hat eben halt auch gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, ganz deutlich verstoßen. Also das sind für mich natürlich Dinge. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dieser Krise, die wir dann natürlich haben, gerade in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist das nochmal ganz wichtig, denn das liegt mir so am Herzen, auch mal auf der ganz sachlichen, materiellen Ebene. Wir müssen damit rechnen, dass die finanziellen Möglichkeiten stark eingeschränkt werden. Wir müssen damit rechnen, dass die Ressourcen immer weniger werden, das Geld immer weniger wird. Wir müssen damit rechnen auch, dass die Instandhaltung für die Infrastrukturen immer mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, weil keiner mehr die Gelder hat, die Brücken oder die Stromversorgung oder sonstige Dinge eben halt auf Dauer auch instand zu halten. Viele marode Infrastrukturen, die Deutschland beispielsweise prägen. Und dazu gehört auch, und da möchte ich nochmal drauf kommen, der sogenannte Blackout. Wenn der Blackout kommen sollte und wir dann keinen Strom mehr haben und das vielleicht über Wochen, dann geht es ums Überleben. Deshalb reden wir so oft davon, sich Wasser zu besorgen oder eben halt zumindest Wasserfilter, um es sich dann selbst zu besorgen, das Wasser aus Flüssen und so weiter. Man kann es ja zu Trinkwasser umwandeln. Was auch ganz wichtig ist, für mich ist das Thema Wärme. Und darüber haben wir uns gerade in den letzten Tagen immer wieder unterhalten, weil uns auch viele Menschen angeschrieben haben. Wir freuen uns ja, das sind ja so persönliche Kontakte, die wir immer wieder empfinden, wenn wir so unsere Mails hier bekommen, weil ihr kennt uns besser als wir euch direkt, aber wir kennen euch eben halt auch irgendwie. Das sind ja doch tiefe Verbindungen. Spätestens durch die gemeinsamen Gebete entstehen ja morphogenetische Felder, die wirklich ein Genuss sind, auch für sein eigenes Leben. Aber jetzt kam immer wieder die Frage mit der Wärme. Und wie soll man seine Bude warm halten, wenn die Heizung nicht mehr geht? Denn dazu braucht man im Normalfall auch Strom, auch wenn man eine Ölheizung hat. Da laufen irgendwelche elektronischen Prozesse ab, wo wieder Strom von Nöten ist. Und dann geht es um die Frage, sich einen kleinen Kocher hinzustellen, beispielsweise einen Ofen hinzustellen, der warm hält. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man mit Petroleum arbeitet oder mit offenem Feuer, dass dann die CO2-Konzentration zu der Zügenmaske, die man ja tragen soll, auch noch dazu kommt. Das heißt, man muss dann auch die Fenster auf Gip stellen. Aber über Nacht zu schlafen mit einem solchen offenen Feuer, ist natürlich schon kritisch, weil man dann eben halt die CO2-Konzentration nicht permanent überprüfen kann, weil man eventuell schläft. Und deshalb fanden wir es auch so wichtig, sich einen Schlafsack zuzulegen. Also wir zum Beispiel haben hier auch Schlafsäcke, die bis zu 20, 30 Grad Minus nutzbar sind, die man sich einfach hinlegt. Man kann sich damit theoretisch sogar auf den Betonboden im Keller reinlegen. Die haben so Teflonbeschichtung und so weiter. Da gibt es also wirklich tolle Sachen. Und da geht man dann rein, man macht sich das Ding zu und man hat durch seine eigene Körperwärme also wirklich eine völlige Überlebenssituation, die brillant ist. Auch darüber sollte man einmal nachdenken. Und was du auch immer so sagst, was du auch gerne magst, die gute alte Wärmflasche, die ist ja auch immer toll. Ja, die hilft grundsätzlich. Also auch, wenn mal die Heizung ausfällt oder so, kann ja auch aus irgendeinem Grund sein, eine Wärmflasche ist unbezahlbar, hat meine Oma schon gesagt. Ja, es ist ja auch, wenn es einmal nicht gut geht. Also ich nutze ja das auch ab und zu. Wir sind ja hier wirklich wie die Rentner teilweise, dass wir hier unsere Wärmflaschen ja auch haben. Und das ist wirklich schön. Aber wenn es dann kalt ist, einfach heißes Wasser reingießen. Die ganz alten, ich muss das den jungen Leuten heute fast erklären, kein Schalter zum On-Off-Schalter dran. Also kein Strom dran, keine Batterie drin. Auch nicht zu knicken, auch kein Gelkissen. Einfach nur heißes Wasser in so einem Gummibautel rein. Und das war es schon. Kautschuk. Kautschuk ist Gummi. Ja, genau, aber es gibt so richtig Öko-Wärmflaschen. Gut, also Naturgummi. Ja. Wir waren ja gerade in NRW, hast doch recht. Weiß ich doch. Hat immer recht. Wir waren ja gerade in NRW, Andreas, und da ist ja noch eine Meldung aufgetaucht, nämlich der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, dessen Familie glaubt, dass sie abstammt von Karl dem Großen. Und zwar behaupten das Thomas Blasius und Moritz Küpper, das sind zwei Journalisten, die die erste Biografie über den NRW-Ministerpräsidenten verfasst haben, unter dem Titel Der Machtmenschliche, die morgen erscheinen soll. Und den Journalisten, nee, heute soll sie erscheinen. Den Journalisten zufolge trugen Laschets Bruder Patrick detailliert Stammbäume zusammen und erstellten eine Auflistung, die von Karl dem Großen in insgesamt 40 Schritten zu Laschet und seinen Brüdern führe. Und der geborene Aachener Armin Laschet bewundert laut der Agentur Karl den Großen. Er hat in seinem Büro in der Düsseldorfer Staatskanzlei eine goldene Kahlbüste aufstellen lassen. Allerdings hat diese Nachricht im Netz für Spott und Hohn gesorgt. Die Information über Laschets Vorfahren scheint die Leute eher amüsiert als beeindruckt zu haben. Viele Twitterer wiesen darauf hin, dass Karl der Große vor rund 40 Generationen gelebt habe. Also der war ja 8. und 9. Jahrhundert. Von ihm stammen wahrscheinlich alle Mitbürger mit europäischen Wurzeln ab, schrieb der Nutzer unter dem Haus, unter dem Namen Hans Sauna. Ist klar, weil auch Karl der Große hat es ja ordentlich getrieben. Der hatte ja viele Frauen, was die einzelnen Frauen zum Teil in den Waren sind und zur Weißglut gebracht hat. Aber er hat eben auch Kinder mit seinen Mätressen gehabt und so. Da müsste man mal genauer nachgucken, von welcher Linie dann Herr Laschet abstammt. Und naja, also Karl der Große ist ja nun nicht unbedingt auch das Ruhmesblatt. Nein, da muss man wirklich schmunzeln darüber. Karl der Große ist ja wohl einer der umstrittensten Figuren in der gesamten Geschichte. Er gilt ja auch als der Germanenschlechter, der Sachsenschlechter. Das heißt, es gibt die berühmte Geschichte, ich glaube 783 war das nach Christus oder 786? 772? Okay, 772. In Pferden an der Aller, das ist übrigens da aus der Ecke, wo ich herkomme, aus dem Raum Walzrode, dort gibt es in Pferden an der Aller das berühmte Blutgericht von Pferden, wo Karl der Große die Sachsen eingeladen hatte zu einer Konferenz über Lehnen. Ging es da um irgendwelche Dinge, die besprochen werden sollten? Und da ist es folgendes, dass dann der Karl der Große das in einen Hinterhalt die Menschen eingebracht hatte, die Sachsen, und hat sie dann einfach abschlachten lassen. Und da man in Konferenzen unbewaffnet reingeht, konnten die Sachsen sich nicht wehren. Also wenn das eben halt der neue Führer ist oder der alte Karl der Große ist, ich möchte da ganz deutlich darauf hinweisen. Eva, du hast da ein brillantes Buch geschrieben, das heißt nämlich Blutgericht Europa. Und das leitet sich aus dem Blutgericht von Pferden nämlich ab. Und wenn man dann erkennt, dass Karl der Große, der ja sogar genannt ist auf dem Cover, als Ursache der heutigen Verwerfung dargestellt wird, ein hoch umstrittener Politiker, einer, der als Massenmörder bezeichnet wird von vielen, vielen Menschen, und sich dann stolz hinterzustellen und zu sagen, womöglich ich stamme von ihm ab, also wenn das kein Grund ist, einen solchen Menschen eben halt nicht zu wählen, dann weiß ich nicht, welchen Grund man noch haben sollte. Und wir können, und diesen Buch Blutgericht Europa, das möchte ich mal ganz kurz erklären, das ist ein Buch, in dem unter den Gesetzen der Natur und den absoluten normalen Historikern, nämlich den tatsächlich anerkannten Historikern, die gesamte Geschichte aus der Zeit 800 vor Christus bis zum heutigen Tage neu aufgewälzt wird, aber eben halt wohlgemerkt unter den Rahmenbedingungen der Gesetzen der Natur, wie wir sie erfinden in den drei berühmten Büchern, nämlich im Lichte der Wahrheit von Abdrushin, aber tatsächlich auf der sachlichen Ebene weitergeführt, nämlich die Wechselwirkung zu erklären, was ist mit den Germanenunterdrückung, was haben die Germanen unterdrückt und so weiter. Wie sind wir in diese heutige Welt eigentlich gekommen? Und wie kamen diese heutigen Verwerfungen insgesamt mit der Demokratie, mit den Parteien und all diesen Strukturen bis ins Detail, inklusive dem Geldsystem zustande? Ein hochbrillantes Werk, welches wirklich die Augen öffnet. Ich darf das sagen, weil das ist für mich das beste Buch, was ich kenne, muss ich ganz offen sagen, außer den drei Büchern natürlich im Lichte der Wahrheit. Und da möchte ich darauf hinweisen, ganz wichtig. Ja, und andere Bücher kennst du eh nicht, also sind das die besten Bücher. Und ich habe die ganze Fix- und Foxy-Sammlung, habe ich auch. Ja, nee, dieses Blutgericht Europa erklärt vor allem eins, und das war mir auch sehr wichtig, ich habe zehn Jahre an diesem schönen Buch geschrieben und es ist tatsächlich auch mein wichtigstes aller 16 Bücher, die ich so bislang zusammen geschrieben habe. Ein Grundlagenwerk, ein wirkliches Grundlagenwerk. Ja, weil es eben auch eine Sache erklärt, diese fast 5000 sächsischen Fürsten, die damals dahin geschlachtet wurden von Karl dem Großen und seinen Söldnern und Kirchenangehörigen, man höre und staune, das ist ja praktisch eine blutige Saat gewesen, die Karl der Große, der damals die Konturen Europas praktisch mit seinen Eroberungszügen in Gemeinsamkeit mit Rom geführt hatte. Das sind ja praktisch die Konturen des heutigen Europa in etwa. Und er hat praktisch dieses Europa begründet und hat aber durch diese blutige Zwangskristianisierung in allen Ländern, hat er eine blutige Saat eingebracht. Und es ist ja nun mal so, auch in der Psychologie, in der Forensik weiß jeder, dass jemand, der als kleines Kind in seinem Ursprung missbraucht, misshandelt wurde, dass wenn nicht dagegen gearbeitet wird durch psychologische Maßnahmen, dass dieses frühere Kind später selbst zum Täter werden kann, wenn das Ganze unverarbeitet bleibt. Und so kann man auch Europa als misshandeltes Kind betrachten, das damals begründet wurde, das aber psychologisch nicht betreut wurde und später zum Täter wurde, nämlich Europa. Es waren die europäischen Kolonialherren, die in alle Welt hinaus schwebten und sich die Welt untertan machten, nämlich Zwangskristianisierten. Und es gibt bis heute Kolonialländer, die unter portugiesischem, französischem, englischem Diktat stehen, unter der Macht mehr oder weniger. Und immer noch nicht aus dieser Zwangsherrschaft losgelassen wurden. Muss man sich da wundern, dass jetzt so viel Unglück und Unruhe und Probleme nach Europa zurückkommen? Das Pendel schlägt zurück. Ja, da muss ich noch eines dazu sagen, nochmal zu Karl dem Großen. In den 20er Jahren der Weimarer Republik, also 1920er Jahre, da war es so, dass man in den Schulen lehrte, dass Karl der Große der Sachsenschlechter war. Und dass beispielsweise Widukind, das war damals der sächsische Fürst, der einen großen Namen hatte, der mit dieser Schlacht von Pferden immer in Verbindung gebracht wird, der große Held war. Und man baute Büsten auf. Und Karl der Große war bekannt als der Germanen- und Sachsenverächter. Und interessanterweise, als dann Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, wurde ausgerechnet Karl der Große, der Sachsenschlechter von ihm, ganz besonders hofiert und aufgebaut. Und dieser Trend zugunsten Karl des Großen in Aachen ist bis in die heutige Zeit hochgezogen worden. Und das sollte uns vielleicht auch mal Gedanken machen. Ja, vor allem ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch der Karlspreis zu Aachen ins Leben gerufen worden, den viele hochrangige Politiker wie Jean-Claude Juncker oder Frau Merkel und viele andere, die an diesem Europastaat bauen, erhalten haben. Richtig. Und da dienten natürlich die dunklen 30er Jahre hervorragend dazu, Karl den Großen erst einmal so aufzubauen. Denn das war vorher nicht der Fall, bevor eben halt die Nazis die Macht übernommen hatten. Und bis dato galt er eben halt genau als der Schlechter. Und heute haben wir die Karlsmedaille und die Karlspreise und was auch alles. Also bedenklich. Aber keine Verschwörung. Nein, es ist keine Verschwörung. Das sind einfach Fakten, die wir ineinanderreihen. Aber ich mache mir da meine Gedanken zu. Schluss jetzt mit dem Geschichtsunterricht. Hier geht es weiter mit aktuellen Meldungen. Es ist eigentlich ein Podcast hier für Aktuelles. Stabil durch den Wandel. Wobei es gar nicht schlecht ist, wenn man mal solche Hintergründe bespricht, damit man sich nicht nur als Opfer fühlt, wenn man merkt, das wird wieder alles ein bisschen enger gezogen. Wir neigen dazu durch die Gespräche. Wir haben ja ganz andere Themen hier draufstehen. Und dann neigen wir natürlich auch dazu, uns ein bisschen zu vergaloppieren manchmal. Aber wir hören auch immer wieder, dass die Leute das ganz gut finden, wenn wir plötzlich mal abweichen von den Themen. Ja, aber jetzt haben wir auch genug. Sind wir genug abgewichen? Es reicht jetzt. Also der Bundestag hat gestern Abend wichtige Gesetze beschlossen. Milliarden Ausgaben für Kommunen. Und Autos mit hohem Spritverbrauch, die nicht E-Mobile sind, werden teurer. Also ich möchte euch das mal ganz kurz vorlesen, womit sich heute denn auch schon der Bundesrat beschäftigt. Nämlich mit dem Gesetz, das hier beschlossen wurde. Und die Zustimmung dafür gilt bereits als sicher. Der Deutsche Städtetag hatte die Entlastung bereits begrüßt, aber auch noch zusätzliche Milliardenhilfe vom Bund für die Jahre 2021 und 2022 gefordert. Also wegen der Mikrobenkrise und der angespannten Lage vieler Firmen ist die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Kommunen eingebrochen. Der Bund springt ihnen nun zur Seite und kompensiert für dieses Jahr Ausfälle in Höhe von rund 6,1 Milliarden Euro. Auch die Länder wollen mit Milliarden helfen. Aber NRW hat doch gar kein Geld, haben wir gerade gehört. Nee, also irgendwie, aber Geld wird ja immer hergestellt, indem man es eben als Schulden aufnimmt. Wenn die sagen, sie helfen mit Milliarden, werden Schulden gemacht. Natürlich haben die keins. Ach so. Irgendwie logisch ist das nicht, ne? Ja, wenn man, ich darf doch mal ganz kurz sagen, wenn wir natürlich mit einer Logik rangehen, dann kennen wir aus unserem persönlichen Haushalt, wenn das Geld alle ist, es ist alle. So einfach ist das Ganze. Und dann kann ich nichts mehr ausgeben. Man kann keine 10 Mark ausgeben, wenn man nur 5 Mark in der Tasche hat. Das hat mir mein Vater damals schon erklärt. Aber wir haben ein staatliches System. Wir haben das Schuldensystem im Geld. Und das kennen wir in der normalen Situation nicht. Wir haben keine Minuskartoffeln, wir kennen keine Minusäpfel, wir kennen keine Minusdosenwurst oder Dosenbrot. Aber wir kennen Minusgeld. Das heißt, man greift also quasi in den Topf rein und holt Geld raus, obwohl schon Schulden da sind. Das sind dann neue Schulden. Man könnte das vergleichen in der ganz normalen Physik. Wir haben einen Raum, da sind 5 Menschen drin. Jetzt gehen 8 Menschen raus. Dann müssen 3 wieder reinkommen, dass der Raum leer ist. Das verursacht bei uns natürlich einen Knoten im Kopf. Und wir sagen, was ist das für ein irrsinniges Beispiel? Nein, genau, das ist unser Geldsystem in einem Satz. Hast du sehr schön gesagt. Wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich gerade an deinem Geisteszustand zweifeln. Aber du sagst ja, es ist ein Nonsensbeispiel. Das ist kein Nonsensbeispiel. Das ist einfach nur ein witziges Beispiel, was nur nicht umsetzbar ist. Aber beim Geld ist es umsetzbar. Das ist schon spannend. Ja. Also ganz kurz zu den Beschlüssen, die heute vom Bundesrat wahrscheinlich sämtlichst abgesegnet werden. Es gibt eine Kfz-Steuerreform. Ab 2021 steigt für neue Autos mit hohem Spritverbrauch, das ist jetzt die Frage, ab wann es als hoch eingestuft wird, die Kfz-Steuer, das soll die Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen. Also da werden jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich noch ein paar Leute ein Auto kaufen. Die Kraftfahrzeugsteuer wird künftig stärker daran ausgerichtet, wie viel CO2 ein Fahrzeug ausstößt. Die CO2-Komponente wird gegenüber dem Hubraum stärker gewichtet. Umweltschützer und die Grünen kritisierten, die Reform bringe den Klimaschutz zu wenig. Zur Reform gehört auch eine längere Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge. Ja, wolltest du was sagen? Ja, das macht mich schon immer irre, wenn ich das überlege, weil man spricht von dem Ausstoß von CO2, aber immer nur während der Fahrt. Wenn ich also 50 Kilometer zurücklege mit einem Elektroauto oder mit einem Benzinfahrzeug, dann vergleiche ich die Zahlen. Wenn ich aber ein Elektroauto produziere und dabei schon so viel CO2 verursache, dass ich schon mit so vielen CO2-Massen unter Wasser bin und im Prinzip durch die 50 Kilometer gerade mal meine CO2-Überbilanz reduziere, also Schuldenabbau, das heißt also, dieser Vergleich hinkt, wenn wir eben die Produktion der Fahrzeuge nicht mit reinrechnen und wenn wir wissen, dass mittlerweile ein Benzinfahrzeug günstiger in der CO2-Entwicklung ist oder in dem Ausstoß als jeder Elektrofahrzeug, dazu müssen die Jahrzehnte fahren, damit sie überhaupt erst mal auf Null kommen. Das ist einfach irre. Das finde ich einfach schlimm, dass man diese Dinge nicht diskutiert. Ja, vor allem dieses CO2-Thema ist ja sowieso ganz spannend. Das kommt noch dazu. Das wollen wir gar nicht extra diskutieren jetzt hier. Aber alles entspricht ja überhaupt nicht mehr dem normalen Menschenverstand. Wenn über, also CO2 wird ja jetzt als praktisch der Teufel des Lebens betrachtet, aber wenn du jetzt deine sogenannte Alltagsmaske tragen musst, wo hinter sich das CO2 derartig ansammelt, dass du Schwindelgefühle bekommen kannst, darüber wird dann nicht gemeckert. Ja, aber dadurch reduzierst du natürlich die CO2-Emission nach außen, weil du selbst dabei krank wirst. Also so sehen die das wahrscheinlich. Ach, das ist eine gute Sichtweise. Da nimmt jeder das Kreuz auf sich. Genau, also man entsorgt quasi das CO2 über seine eigene Maske. Mhm, muss ich drüber nachdenken. Also noch etwas wird beschlossen heute im Bundesrat, nämlich eine Lockerung im Insolvenzrecht, Andreas. Das wird dich interessieren. Angesichts der weiter angespannten Lage vieler Unternehmen in der Krise wird das Insolvenzrecht weiter gelockert. In Fällen der Überschuldung wird die Antragspflicht bis Jahresende ausgesetzt. Das soll in bedrängnisgeratenen Firmen weiterhin Luft verschaffen, um staatliche Hilfen zu beantragen und Sanierungsbemühungen voranzutreiben. Die weitere Aussetzung gilt für Betriebe, die pandemiebedingt überschuldet, aber nicht zahlungsunfähig sind. Im März war ja die Insolvenzantragspflicht bis Ende September ausgesetzt worden. Jetzt wird sie halt um drei weitere Monate verlängert. Ja, also es ist natürlich alles so schwach. Ich muss da ganz vorsichtig sein, was ich jetzt sage, weil sonst werde ich wütend und schimpfe. Und dann werde ich beleidigen, das will ich natürlich nicht. Nein, die Insolvenz ist ja relativ klar definiert. Es gibt eine Überschuldung oder eine Zahlungsunfähigkeit. Überschuldung bedeutet, dass der Unternehmenswert weniger ist als die Schulden, die das Unternehmen hat. Dann muss dieses Unternehmen in die Insolvenz gehen, um die gesunden Unternehmen, die mit diesem kranken Unternehmen Handel betreiben und nach bestem Wissen und Vertrauen, denen noch Waren zuschieben, obwohl man weiß, dass sie die Waren gar nicht mehr zurückzahlen können. Deshalb gibt es das Insolvenzrecht, um nämlich eine Insolvenzpandemie zu verhindern. Hier wäre der Shutdown für die Krankenunternehmen dringend vorzuschreiben. Das wäre wirklich wichtig. Stattdessen werden jetzt gesunde Unternehmen über diesen Weg mit rübergezogen, werden infiziert. Und das bedeutet, dass viele gesunde Unternehmen zusätzlich pleite gehen werden, zu denen, die bereits pleite sind. Denn eine Insolvenzaussetzung bedeutet, dass pleite Unternehmen nicht pleite gehen, sondern weiter am Markt agieren. So einfach ist das Ganze. Es ist unfassbar. Ja, und dann wird die Elektromobilität jetzt auch von Deutschland weiter intensiv gefördert. Mieter und Wohnungseigentümer bekommen einen Rechtsanspruch auf den Einbau einer Ladestation für Elektroautos. Konkret geht es um einen Anspruch auf Einbau eines solchen Ladeanschlusses auf eigene Kosten. Das gilt auch für Maßnahmen zum Einbruchschutz oder zur Barrierefreiheit. Umbauten sind jetzt einfacher möglich, damit Wohnanlagen energetischen Standards entsprechen und ältere Eigentümer auch im Alter noch barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung haben. Mit dem Anspruch auf Einbau einer Ladestation bringe man die Wände zur E-Mobilität gezielt voran. Ja, diese Einseitigkeit erschreckt. Denn wenn alle umgestellt sind, digital, elektrisch, Elektromobilität, alles was ist, ein Blackout würde sofort die gesamte Welt in den Zusammenbruch bringen. Es gibt nicht einmal mehr eine mechanische Alternative und wir argumentieren hier mit CO2. Also das ist das Interessante als Giftstoff. Das heißt, wir diskutieren nicht wenigstens als Grund darüber, dass wir zu viel Rohstoffe verbrauchen, was völlig richtig ist und das muss dringend runtergefahren werden. Und wir können uns über eine andere Weltordnung diesbezüglich dringend unterhalten. Aber diese Klimahysterie zu nehmen, um dann eine komplette Irrsinnigkeit in eine einseitige, komplett einseitige Abhängigkeit von Strom. Und gleichzeitig, wo wir wissen, dass beispielsweise auch die Magnetosphäre sich verändert auf der Erde, die Sonnenwinde, das heißt das Sonnenplasma im Prinzip Veränderung mit sich bringt, die Wahrscheinlichkeit schon aufgrund der Schumann-Frequenzen, die sich verändern werden, dass aufgrund dieser Tatsache eventuell schon viele Stromproduzenten ausfallen könnten, da wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Alle werden jetzt in eine Richtung abgerichtet, um sie dann theoretisch per Schalter abzuschalten. Und das wäre zum Beispiel ein Blackout. Das wird wirklich eine spannende Zeit. Also jeder sollte sich wirklich auf so viel Mechanik in seinem Leben wie möglich einrichten, so viel Sichermachung und eben diese Entwicklung hier im Blick haben. Das ist auch einer der Gründe, warum es für uns wichtig ist, ist, dass wir diese Besprechung hier morgens machen, um eben auf solche Dinge hinzuweisen. Kinder, ihr müsst damit rechnen, dass eines Tages der Strom ausfällt. Er muss ausfallen. Also gerade mit der Abkehr aus den Atomkraftwerken in die alternative Energiepolitik. Wir haben ja überhaupt nicht genügend Abdeckung. Ja, und dann fällt natürlich so eine Meldung hier auch auf. Die Datenüberwachung in der EU geht heute bereits deutlich weiter, als die meisten von uns sich das vorstellen können, schreibt Neopress. Seit dem 1. September hat die EU ein sogenanntes Verbrauchskontrollsystem etabliert. Dieses System ist offensichtlich geeignet, um die Überwachung auf unseren Straßen deutlich voranzutreiben. Der Fokus berichtet über ein Bundestagsgutachten, das die effiziente Kontrolle beschreibt. So würden bei Neuwagen künftig für jede Fahrt, die sie tätigen, liebe Leser, unter anderem die Anzahl der gefahrenen Kilometer gespeichert, die Geschwindigkeit sowie der Verbrauch an Energie wird alles gespeichert. Die Daten gehen nicht nur an die Behörden oder Hersteller, beispielsweise um die Effektivität im Zeitablauf zu erhöhen, sondern auch an die EU, per Direktübertragung, wie es heißt. Bis dato ist der Umstand ja praktisch noch nicht bekannt. Also, sie nehmen künftig die EU direkt mit an Bord ihres Fahrzeugs, steht hier, lieber Verbraucher. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages nennt sich Einzelfragen zur Überwachung des CO2-Ausstoßes von Pkw-Abführung. Vorbereitet wurde alles bereits vor Jahren. So gibt es eine EU-Verordnung vom 5. November 2018. Danach sind Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit einer Einrichtung zur Überwachung des Kraftstoff- oder Stromverbrauchs ausgestattet. Dieser Satz birgt Sprengstoff, heißt es hier, denn diese Pflicht gilt sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wie auch für Hybride, die gleich zwei Antriebsformen vereinen. Aktuell sieht die Verordnung lediglich vor, dass Hersteller, bei denen es zu großen Abweichungen zwischen Normen und der gemessenen Realität kommt, mit erheblichen Bußen rechnen müssen. Je Fahrzeug einer Flotte könnten dies bis zu mehreren Tausend Euro sein, so der Fokus. Der Gesamtschaden für die Unternehmen kann demnach sehr schnell in den Bereich vieler Millionen gehen. Ja, und wenn man das Ganze dann noch koppelt mit dem Navigationssystem, dann wissen sie nicht nur, wie viel ich verbraucht habe, wann und wo. Und die wissen auch genau, wen ich besucht habe und bei wem ich gerade war. Und wenn das Ganze dann auch noch gekoppelt wird damit, dass ich ein Elektrofahrzeug habe in Zukunft, dann wissen sie auch noch, wo ich getankt habe. Und wenn dann auch noch das Bargeld abgeschafft wird, dann wissen sie auch noch, wann ich ein Eis gegessen habe und mit wem ich ein Eis gegessen habe. Das ist totale Überwachung. 1984 ist ja wirklich ein Märchenbuch gegenüber dem, was da jetzt kommt. Ja, und wenn du da noch die Mikroben-App hast, die ja auch überwacht, mit wem du dich triffst, und sollte da jemand infiziert sein, also nicht krank oder sogar tot, sondern infiziert ohne Symptome, dann wirst du, deine Familie, dein gesamtes Umfeld, alle werden in Quarantäne geschickt. Und so läuft dann die Welt ganz anders als noch vor einem Jahr. Eine neue Ära der Zombies ist offenbar geplant. Wir sind heute aber auch wieder richtig gut drauf. Wir machen allen Mut. Nein, aber Kinder, wir erfinden diese Meldungen nicht, sondern wir besprechen sie, um auch Hinweise zu geben, was jeder im Einzelnen doch tun kann. Also es ist ja nicht nur die Krisenvorsorge, ob man sich da was weiß ich, Dosenbrot hinstellt oder keine Ahnung, irgendeinen Campingkocher, damit man auf dem Balkon wenigstens noch was kochen kann, falls der Strom mal ausfällt oder sich in einen Schlafsack hüllt. Es geht ja auch um die geistige Mobilmachung. Es geht um Angstabbau. Also wir versuchen ja auch so grässlich, manche Meldung auch ist, immer auch wieder die Beweglichkeit des Geistes hineinzubringen, weil das ist jetzt unsere Herausforderung. Es geht um gar nichts anderes in diesem Transformationsprozess. Es ist eine neue Welt. Aber nicht die, die jetzt manche Leute vielleicht planen und sagen, totale Kontrolle, wir haben dann alle sozusagen unter der Knute. Die rechnen nicht mit dem Endspiel. Und das Endspiel, was nicht das Ende bedeutet, sondern den Übergang aus der alten Welt. Das ist das Ende der alten Welt in die neue Welt. Und da wird jemand eingreifen, auf dessen Zuverlässigkeit wir mit seinen Naturgesetzen schon immer zählen konnten. Und zwar zu 100 Prozent. Und deshalb sagen wir auch nicht, sie werden uns zombifizieren, sondern sie planen es. Da bin ich sehr unterschiedlich. Ich beachte bitte immer auf die Wortwahl, die wir da nutzen. Und wir sehen sehr wohl das Licht am Horizont. Aber wir müssen den Menschen, zumindest sehen wir das von uns so, nein, wir müssen gar nicht, wir wollen den Menschen eben halt unser Weltbild darlegen und sagen, das ist die Planung. Und jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, bringt überhaupt nichts. Deprimieren bringt überhaupt nichts. Aus dem Leben scheiden zu wollen, schon gar nicht. Nein, es geht darum, mit ganz klarem Verstand, mit ganz klarem Blick genau diese Dinge zu beobachten, ohne sich runterziehen zu lassen. Im Gegenteil, wir sehen dieses Nadelöhr, müssen jetzt ins Visier nehmen, dieses Nadelöhr, und dann rauschen wir da durch. Würden wir es nicht ins Visier nehmen, dann hauen wir gegen irgendeine Kante und verletzen uns. Das brauchen wir nicht. Wir müssen dort ganz sauber durch. Und das werden wir schaffen, für diejenigen zumindest, die es wollen. Und wir sehen das Licht am Horizont und wir sind davon überzeugt, dass es wirklich gut wird. Und deshalb, ach, vielleicht ganz interessant nochmal mit den grünen Büchern, über die wir gesprochen haben, dass es die auch als Hörbuch gibt. Das hatten wir jetzt noch gar nicht weiter mal gesagt. Aber das haben wir festgestellt, dass da ganz viele Leute nachgefragt haben, es gibt sie auch als Hörbuch. Wir haben die da auch mit eingestellt, irgendwo gestern schon oder wann, glaube ich. Ja, es hatte jemand mir geschickt. Guck mal, die gibt es als Hörbücher. Ich hatte darauf gar nicht geachtet, weil ich selber lese. Aber es gibt in der Tat viele Menschen, die Hörbücher hören. Und wenn man diese drei Bände, eben wenn es einem zu viel ist, weil man das Lesen nicht mehr gewöhnt ist, oder man es nicht mehr kann wegen der Augen, dann, ja, wir stellen das immer mal wieder ein, diese drei Hörbücher. Also ich mache es ja so, ich lese auch lieber eben halt auf dem Papier, weil man es dann viel besser aufarbeiten kann. Aber wenn man dann ein Kapitel gelesen hat, zum Beispiel im Auto, wenn man sich das dann mit anhört und zwar wiederholt, dann bringt es wirklich viel, dass es sich nämlich setzt, um die Hintergründe noch besser zu verstehen. So. Ja, und dann gibt es Nachrichten aus der Süddeutschen Zeitung. Man höre und staune, es gibt dort einen drastischen Stellenabbau. Bis zu 50 Redakteursstellen werden gestrichen. Das hat die Taz gemeldet. Laut Betriebsrat ist dies der umfangreichste Stellenabbau in der rund 75-jährigen Geschichte der Zeitung. Ich würde sagen, es hat auch ein bisschen was mit Wechselwirkung zu tun. Wenn ich sehe, wie die Süddeutsche mit dem Spiegel gemeinsam letztes Jahr die österreichische Regierung geputscht hat, geputscht und gesprengt hat, ohne dass irgendjemand sich dieser Sache annimmt und sagt, das, was ihr gemacht habt, das war unmoralisch, das war unethisch und da waren auch Fehler drin. Dann kommt halt die Quittung auf einer anderen Ebene. Ja, also ich habe da ja nun sowieso relativ wenig Emotionen, weder zum Spiegel noch zur Süddeutschen Zeitung. Und wenn sind die Emotionen nicht förderlich, weil ich lege Wert auf Objektivität. Und ich muss ganz offen sagen, ich glaube einfach, dass viele Menschen sich als Konsumenten dieser Blätter abwenden, einfach weil sie auch Objektivität einfordern. Und ich glaube, viele Medien haben vielleicht nicht erkannt, dass die Menschen jetzt wacher sind, als sie es noch vor fünf Jahren beispielsweise waren oder auch noch vor einem halben Jahr. Jetzt kriegt das Ganze einen Turbo in alle Richtungen, auch in dem Bereich des Medienkonsums. Ja, und diese Menschen, die wach geworden sind, das darf man ja auch nicht mehr sagen, da bist du ja auch schon wieder ein Verschwörungstheoretiker, aber die jetzt das selber denken gelernt haben und sich nicht mehr das einverleiben, was die Massenmedien ihnen vorschreiben, die werden dann halt als Verschwörungstheoretiker gebranntmarkt, weil es gar nicht ins Bild passen soll und will. Da wehren sich ja viele noch. Wobei wir auch schon von einigen wissen, dass es große Unruhen in diesen politisch korrekten Redaktionsstuben gibt und da einige am Rad drehen. Wenn sie da nicht jeden Monat ihr Geld bekommen würden, wären die schon lange weg. Ja, jetzt... Also wenn ich denke an die Politiker, die wir als Kontakte haben, oder auch große Journalisten, die auch aus dem Mainstream sind, und wenn man da hört, was hinter den Kulissen gesprochen wird, also eine solche Unzufriedenheit, die ist schon sehr deutlich. Ja, und jetzt kommen wir... Ich muss noch kurz nach Amerika rüber, Andreas, denn da ist ja einiges los. Ich meine die Meldungen. Am 3. November sind Wahlen in den USA. Und US-Präsident Trump wird ja nun, seit er US-Präsident ist und schon seitdem er zum Wahlkampf angetreten war, vor einer Wahlperiode, also 2016, wird er ja von den Medien praktisch rund um die Uhr gebashed, gedemütigt, beleidigt. Also gerade von den deutschsprachigen, aber auch von vielen englischsprachigen Medien. Es ist wirklich unglaublich. Die meisten, die sowas schreiben, haben den Mann selber noch nie persönlich getroffen, haben noch nie ein persönliches Wort mit ihm geredet. Aber was sie alles wissen, es ist wirklich unfassbar. Und jetzt geht im Moment gerade eine sogenannte Verschwörungstheorie in den USA, in Nordamerika herum, die auch befeuert wird von der New York Times. Und da heißt es eben, dass wenn die Wahl am 3. November diesen Jahres stattfindet, egal wer gewinnt, ob es Joe Biden von den Demokraten ist oder Donald Trump von den Republikanern, dass keine Wahl anerkannt werden wird. Weil wenn Trump es wird, worauf vieles im Moment hinweist, dann würde also das demokratische Lager, wozu eben auch die Linken, die Antifa, die BLM-Aktivisten gehören, würden also für ein Riesenszenario sorgen und die Wahl nicht anerkennen. Und umgekehrt, wenn Joe Biden gewinnt, wird wahrscheinlich auch Donald Trump sagen, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also das, und spannende Informationen sind die, es gibt in den USA so gut wie keine Waffen mehr zu kaufen. Es sind zig Millionen Waffen verkauft worden in den letzten Monaten. Mit anderen Worten, die Bürger bewaffnen sich. Vielleicht auf der einen Seite natürlich, weil viel geplündert und randaliert wird, was ja durch die Aktivisten der Antifa, der Linken und der Demokraten auch finanziert und forciert wird. Aber man geht auch davon aus, dass sich viele von denen an einem Bürgerkrieg beteiligen werden. Das heißt, Andreas, so etwas, wie wir das eigentlich aus der Vergangenheit kennen, dass da eben ein Wahlgewinner und ein Wahlverlierer sein werden und man mehr oder weniger fair miteinander umgeht, davon scheint es in den USA weit entfernt zu sein. Wohin wird das führen? Ja, da braut sich in den USA eventuell wirklich etwas zusammen. Und das macht dann natürlich schon Sorgen. Wir sehen ja zeitgleich, dass dieser Waffenverkauf in den USA extreme Maße annimmt, keine Munition mehr zu bekommen ist und gleichzeitig eine gigantische Abwanderung aus den Großstädten stattfindet. Das bedeutet, dass also große Städte wie New York mittlerweile Leerstand haben an Apartments, die Mieten momentan sinken. Und das in allen großen Städten mittlerweile. Und wir sehen, dass Recht und Ordnung in den USA eben halt mittlerweile schon ein Fremdwort geworden ist und dass hier etwas sich zusammenbraut, was einem große Sorge macht. Und ich gehe auch davon aus fast, dass man versucht, über diese Wahl am 3. November, man will jetzt etwas durchziehen, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns in dieser Shutdown-Phase, dieser Mikrobe. Das passt ja alles zusammen. Der Hysterie um die Klimageschichte, die sich jetzt erhöht, immer mehr exponentiell. Und gleichzeitig eben halt diese ganzen linken Organisationen, die sich ja wirklich faschistoid in eine Richtung, also gebürstet Faschismus, kommt ja von Faszien, in eine Richtung bürsten. Und das heißt, es ist ganz klar in eine Richtung sich jetzt entwickelt. Und ich gehe auch davon aus, wenn ich mir Joe Biden ansehe und ich sehe mir Donald Trump an, das ist ja auch eine Frage von Farblosigkeit und Farbprächtigkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn dann eben Donald Trump tatsächlich gewinnen sollte und er dann im Weißen Haus bleibt, dass man sagen wird, der hat nicht gewonnen. Das wurde schon vor einem halben, Dreivierteljahr diskutiert. Was machen wir mit der Nationalgarde, wenn Donald Trump sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen, weil er seine Wahlniederlage nicht anerkennen will? Das ist ja schon von langer Hand in dieser Vorbereitung. Und man kann nur hoffen, dass ich mich da jetzt auch irre und die Wahlergebnisse so klar ausfallen, dass das Problem hoffentlich nicht auftaucht. Also Präsident Trump hat, das ist eine Eilmeldung, die gerade reingekommen ist von der Tagesschau, der hat jetzt in den USA TikTok verboten. Also diese chinesische Social Media App hat eine Sperre der beiden, also nicht nur TikTok, sondern auch WeChat. Das ist ja in China die größte Plattform sozusagen der Social Medias. Ab Sonntag ist der Download in den USA nicht mehr möglich, hat das Weiße Haus mitgeteilt. Das heißt, Trump ist ja die ganze Zeit am wettern gegen China. Sagt auch, er überlegt, Handelssanktionen zu erlassen gegen China, macht China für die Mikrobe verantwortlich, für eine zu späte Informationspolitik gegenüber der Welt. Er beschuldigt China der Zusammenarbeit mit der WHO. Also er ist wirklich wütend und das sind natürlich jetzt hier Maßnahmen, die sind schon sehr heftig, denn auch in den USA leben natürlich viele Menschen aus China, denen damit auch eine Grundlage geraubt ist, mit ihren Leuten in China zu kommunizieren. Also er muss schon wirklich sehr gute Gründe haben. Naja, wir haben natürlich auf der einen Seite eben halt die Parallelen der WHO, der Welthandelsorganisation und der Kommunistischen Partei von China. Und das ist letztendlich eine Unterdrückung der Freiheiten der Menschen und eine Digitalisierung, dass die Menschen eben halt auch zu Maschinen degradiert werden. Und auf der anderen Seite eben halt Patriotismus und Freiheitskampf. Das ist ja der große Kampf, der immer deutlicher wird. Und daher wundert es mich nicht, wenn Donald Trump dann eine solche Sache wie TikTok oder ähnliche chinesische Strukturen, der Social-Media-Strukturen eben halt versucht zu reduzieren. Ja, und nicht nur das, sondern US-Präsident Trump sagt auch, wie die Welt berichtet, Welt Online, der linken Indoktrination an den Schulen den Kampf an. Er sieht das als Form des Kindesmissbrauchs. Und die Proteste gegen Rassismus, die liegen ihm schwer auf der Seele. Eltern werde eingeredet, sie müssten sich für ihr Weißsein schämen. Er sagt, wie er die Jugend dazu bringen will, Amerika wieder zu lieben. Und er hat jetzt eine Kommission zur Förderung patriotischer Bildung ins Leben gerufen. Die Ausschreitungen in den amerikanischen Städten in den vergangenen Monaten seien ein Ergebnis von Jahrzehnten linker Indoktrination an unseren Schulen, sagt Trump. Dabei werde versucht, Schüler auch dazu zu bringen, sich für die Geschichte des Landes zu schämen. Er hat sich geäußert bei einer Rede am Nationalarchiv in Washington anlässlich des 233. Jahrestags der Unterzeichnung der US-Verfassung. Und er beschuldigte konkret unter anderem radikale Demokraten sowie die Medien. Diese versuchten, Schulkinder zu indoktrinieren und eben den Eltern Schuldgefühle einzubläuen. Unsere Jugend wird beigebracht, Amerika mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele zu lieben, sagt Trump zu dieser gebildeten Kommission, die jetzt ab sofort tätig werden wird. Das Gremium solle Pädagogen unter anderem dazu ermuntern, Schüler über das Wunder der amerikanischen Geschichte zu lernen. Also man muss ja vielleicht nicht auch gleich wieder über alle Ziele hinaus schießen, aber ich denke, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, hier stehen sich jetzt tatsächlich zwei radikale bis extremistische Meinungen gegenüber, denn Trump sagt eben auch, spricht sich klar gegen Biden aus. Joe Biden hat Anfang des Monats davon gesprochen, dass sich Amerika seiner Ursünde der Sklaverei und ihrer Folgen stellen müsse. Das ist ja auch nicht unrichtig. Und Trump sagt stets Nein dazu, dass es strukturellen Rassismus in den USA oder auch in den Institutionen der Polizei gebe. Und damit hat der Mann auch recht. Das heißt, es wird nicht richtig miteinander diskutiert, sondern aneinander vorbei. Fakt ist natürlich, dass die Demokraten unter Joe Biden, die Linken, die Antifa und eben auch die BLM-Aktivisten, die längst nicht nur für das Wohl der Schwarzen, sondern oft auch dagegen protestieren und sich verhalten, dass die praktisch das Land jetzt lahmgelegt haben und eben auch die Polizei schwer verunglimpft haben. Und das ist wirklich ein Kulturkampf, der jetzt in den USA abläuft. Ja, also es ist ja ein hochsensibles Thema und man merkt, dass die handelnden Akteure in der Politik nicht an Frieden interessiert sind, auch nicht an einer offenen Diskussion, auch nicht an einem Lernen aus der Geschichte, sondern an neuen Krawallen. Man baut wieder neue Spaltungen auf und hier in diesem Fall wirklich schwarz-weiß, sowohl Donald Trump, einfach nur stolz sein und die anderen sagen, wir sind einfach nur Verbrecher. Es gibt irgendwo dazwischen auch noch Grautöne. Und die sind in unserer heutigen radikalen extremistischen Zeit völlig abhandengekommen. Wenn man ein Volk sagt, ihr seid jetzt schuld auf Dauer und ihr müsst euch schämen für eure Geschichte pauschal, dann ist das mit Sicherheit genauso ein falscher Weg, als wenn wir sagen würden, wir haben eine großartige Geschichte und alles war ganz toll. Also gerade in Deutschland kann man ein Lied davon singen, was es bedeutet, wenn man Menschen pauschal in den Boden haut und sagt, alles, was jemals aus Deutschland kam, war schlecht, weil es eine Phase gab, die unter allen Bedingungen als schlimmstens einzuordnen ist, brutal mit Holocaust, mit all diesen Dingen, die dort gelaufen sind, die eine furchtbare Auswirkung auf uns hatten. Gar keine Frage. Aber wenn jetzt eine solche Geschichte nur noch auf Schuld basiert und dann man im Prinzip versucht, sich dann in diese Richtung, ich sage mal, ich sage mal, gar nicht mehr frei zu schaufeln, um auch den Gedanken frei zu haben, auch mal auf die Geschichte zu gucken, die hinter uns liegt, denken wir uns an die großen Goethe, Schiller, die großen Denker, die wir hatten, die hat es ja auch gegeben. Das bedeutet eben halt tatsächlich, die Differenzierung der Geschichte vorzunehmen, zu kommunizieren und aus den schlimmsten Phasen zu lernen und auch aus den guten Phasen eben halt ebenfalls zu lernen, um dann einen Diskurs zu viel führen oder eine Kommunikation noch besser wertschätzend. Und wenn ich jetzt sehe, dass jetzt hier pauschal gesagt wird, die Amerikaner müssen sich schämen für diese Geschichte aufgrund dieser furchtbaren Sklavenunterdrückung und so weiter und so fort, was richtig ist, dann sehen wir, dass wir hier fast eine Wiederholung haben. Und so richtig hat sich das in Deutschland auch nicht bewertet. Wir sehen im Moment, wie in Deutschland die Krise nicht gut geworden ist, nur weil wir uns ständig an unsere Geschichte zurückerinnern, sondern wir sehen eben halt auch weitere Verwerfungen, die kommen. Ja, und es ist irgendwie etwas passiert, was kaum zu glauben ist. Das ZDF hat eine Doku über US-Präsident Trump produziert und die heißt Der unterschätzte Präsident. Und immer noch kann durch die mediengebürstete Berichterstattung die klare Mehrheit der Deutschen nicht verstehen, wieso die Amerikaner Donald Trump zu ihrem Präsidenten gewählt haben. Aber wer sich diese Doku anschaut, der sieht es. Da werden nämlich seine vier großen Wahlversprechen genannt und untersucht, wie hat er die in den letzten vier Jahren eingelöst. Und das ist wirklich erstaunlich, was das ZDF da zu Tage bringt. Also erstens, Donald Trump wollte Millionen Jobs schaffen. Das Resultat ist enorm. Die Basis ist die weiße Industriearbeiterschaft im Rust Belt. Trump kündigt im Wahlkampf 2016 an, neue Jobs in der Industrie zu schaffen. Auch Kohlearbeiter sollen wieder in ihre geschlossenen Minen zurück. Die CO2-Belastung ist Trump egal. Er bezweifelt den menschlich verursachten Klimawandel und kündigt das Pariser Klimaabkommen auf. Für den 74-Jährigen zählt nicht die Umwelt von morgen, sondern es zählen die Jobs und das Wirtschaftswachstum von heute. Er entlastet Unternehmen von Steuern und Auflagen und verhängt Importzölle, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Diese, wie es hier heißt, kurzsichtige Strategie zeigt enorme Wirkung. Die Arbeitslosenquote sinkt in seiner Präsidentschaft auf 3,5 Prozent. Der niedrigste Wert seit 51 Jahren. Der Dow Jones steigt auf Rekordhöhe von 29.500 Punkten. Der US-Wirtschaft ging es blendend, bis die Mikrobe in den USA zuschlägt. Das war das Wahlversprechen 1. Zweitens, er will die illegale Masseneinwanderung stoppen. Und das ist ihm gelungen. Er hat ja auch eine Mauer gebaut zwischen Mexiko und den USA. Die Einwanderung ging deutlich zurück, heißt es hier. Er hat alles viel schwerer gemacht für die Einwanderer. Und er steht da als harter Hund. Die Zahl der illegal aufgegriffenen Menschen an der Grenze zwischen Mexiko und USA geht um 80 Prozent zurück. Das sind ja wirkliche Erfolgsmeldungen, auch wenn man mit ihm und seiner Linie nicht so ganz einverstanden ist. Ja, also man muss da natürlich wirklich wieder differenzieren. Da sind unglaublich wichtige Daten drin, wie zum Beispiel die Zölle, die ich für richtig halte, weil damit eine Wirtschaft auch geschützt wird. Das ist eine Form von Protektionismus. Und Protektionismus pauschal als falsch darzustellen, das bedeutet ja Schutz der einheimischen Wirtschaft. Nun müsste man viel, viel weiter ausholen, weil es zu komplex ist. Aber die Grundlage ist richtig. Das hilft übrigens, wenn er solche protektionistischen Maßnahmen wie die Zölle einführt, nicht nur USA, sondern auch den anderen Ländern. Die einzigen, die darunter leiden, sind die Gewinne der Konzerne. Aber die Gewinne der Konzerne müssten nicht unbedingt auf Punkt 1 aller Ziele stehen, sondern die Zufriedenheit und auch die Einkommensmöglichkeiten der Menschen, die in den Staaten leben, nämlich Volkswirtschaft. Da steckt das Wort Volk drin. Wir diskutieren aber nur noch über Betriebswirtschaft und über Konzernergebnisse. Und deshalb sind diese Dinge wie Dow Jones, ob der gestiegen ist oder gefallen ist, das hat was mit Spekulationen zu tun. Das wird hier vermischt, das würde ich rausnehmen. Rein die ökonomischen Grundlagen. Wenn es heißt, es interessiert ihn der CO2-Ausstoß zum Beispiel nicht, dann ist es nicht richtig. Der CO2-Ausstoß findet jetzt in den USA statt. Vorher hat er in Korea beispielsweise oder eben halt in China stattgefunden. Und da gibt es weitaus geringere Umweltauflagen. Also das sind ganz viele Dinge, die man bereden kann. Grundsätzlich müssten Veränderungen rein, aber er hat tatsächlich hier ein großartiges Ergebnis geliefert nach den alten Mustern. Ja, und der Punkt 3 ist, Trump brüskiert seine NATO-Partner mit knallharten Forderungen. Ob beim Handel oder bei Militärausgaben. Andere Staaten sagt, er würden die USA ausnutzen. Besonders Deutschland und Angela Merkel hat er sich zur Brust genommen. Laut Umfragen mögen die Deutschen Obama mehr als Trump. Ja, weil sie ihre Rechnungen bezahlen lassen. Sonst würde ich nicht meinen Job machen, sagt er. Ja, und er bekommt den Deal mit den NATO-Staaten. Es gelingt ihm, den US-Anteil am NATO-Budget von 72 auf immerhin 70 Prozent zu drücken. Gleichzeitig zieht er 44.000 Soldaten aus dem Ausland ab. Auch 12.000 aus Deutschland sollen zurückkehren in die Heimat. Damit bedient er den Wunsch vieler Amerikaner, dass sich die USA aus der Rolle der Weltpolizei verabschieden solle. Wirtschaftlich geht er auf Konfrontationskurs mit der EU, mit Kanada, Mexiko, Südkorea, Japan und China. Er will gegen das extreme Handelsdefizit der EU etwas unternehmen. Nach und nach nimmt er sich alle Wirtschaftspartner zur Brust, eskaliert sogar mit China einen Handelskrieg, wie erwähnt. Aber er bekommt seine Deals. Das Handelsdefizit gegenüber China schrumpft von 2018 auf 2019 deutlich um 72 Milliarden US-Dollar. Sein Ex-Presse-Sprecher lobt ihn. Manche Handelsabkommen galten als unveränderbar. Er hat sie verändert. Obama und Bush hatten davon geredet, aber gemacht hat es am Ende Donald Trump. Und der vierte Punkt, um den es geht, er kündigt den Kampf gegen das liberale Establishment an, also das linksliberale, und er zieht das auch durch. Der Höhepunkt seines Krieges gegen das Establishment ist das gescheiterte Amtsenthebungsverfahren wegen der Ukraine-Affäre. Trump nennt es eine Hexenjagd der Demokraten und der liberalen Medien. Inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass wirklich auch Licht ins Dunkel gekommen ist. Die Trump-Biografin Gwenda Blair durchschaut diese Taktik. Sie sagt, mit großem Erfolg pflegt Trump diese Art von Gegenerzählung, mit der er sich als jemand darstellt, der seit seiner Wahl nur angegriffen wird. Aber dadurch, dass es thematisiert wurde, gab es eben auch Untersuchungen. Und die sehen alle genauso aus, dass Trump eben auf der richtigen Linie lag. Also alles in allem eine tolle, kann man wirklich sagen, eine tolle Doku. Natürlich nicht ganz unkritisch, aber das macht es ja gerade auch aus, wenn man doch durchaus auch kritisch bleiben kann, aber die Punkte, die wirklich doch in die gute Richtung führen, hervorheben kann. Ja, das waren jetzt natürlich zwei große Themenkomplexe, Themenkomplexe, die jetzt hier vermischt sind. Wenn Donald Trump beispielsweise sagt, dass die anderen Staaten die USA ausnutzen, dann ist das natürlich nicht die Wahrheit. Wahr ist, dass 1913 der Federal Reserve Dollar eingeführt wird und den US-Dollar abgelöst hatte und 1944 der US-Dollar zur Weltleitwährung wurde. Und als Weltleitwährung hat man natürlich auch eine Verantwortung als Staat, der diese Weltleitwährung führt. Dieser Verantwortung sind die gesamten Politiker. Nach 1945, 1944 nicht nachgekommen, sondern haben USA eben halt in einen Wettbewerbsnachteil gebracht der Industrialisierung. Und das führte dazu, dass die USA eben immer mehr heruntergefahren wurden in der wirtschaftlichen Kraft. Aber das hing eben halt mit dieser Weltwährung zusammen. Das ist offenbar von Donald Trump nicht verstanden worden. Und wenn er daraus ableitet, die anderen, die arbeiten alle auf Kosten der USA, das ist einfach nicht richtig. Der zweite Teil eben halt den linken Dogmen entgegenzutreten, dem kann ich natürlich nur folgen. Wir sehen, es sind unglaublich viele komplexe Themen, die vom Grunde her aufgebaut werden müssen. Und es gibt zu wenig tatsächlich Diskussionen, um aus der Vogelperspektive über das Gesamte wichtig und unwichtig wird aus meiner Sicht hier sehr, sehr stark vermischt. Und das ist das Problem eigentlich. Ja, ich danke dir für diese Einschätzung, Andreas. Wir sind jetzt auch wirklich schon wieder am Ende angekommen. Ich möchte noch mal hinweisen auf das neue Buch von Gerald Hüther, dem Hirnforscher, der eben dieses Buch geschrieben hat, damit die Menschen, die in der Angst sind, auch es schaffen, da wieder rauszukommen. Wege aus der Angst heißt es. Und ich glaube, das ist im Moment die größte Bedrohung. Wir haben ja jetzt ein Szenario hier gerade erwähnt, was die USA angeht. Das sind Spekulationen, die eventuell eintreten, eventuell aber auch nicht, weil man eben auch nicht weiß, ob das linke Establishment es schafft überhaupt, das so auf den Weg zu bringen. Und deswegen bitte, also nehmt jetzt das, was wir hier diskutieren, was eventuell eintreten könnte, nicht für hundertprozentbare Münze. Habt es im Hinterkopf, sagt, es könnte so sein, aber nicht, oh je, was passiert, wenn jetzt das passiert und euch in eine nächste Angstschraube begeben. Das ist dieses Bewusstsein. Diese Meldungen, die wir hier besprechen, die Fakten sind, also zum Teil Spekulationen, sie werden dann auch von uns als solche gekennzeichnet. Andere sind Fakten, wie eben jetzt den Niedergang der Wirtschaft. Ich habe darauf verzichtet, hier jetzt gerade die Meldung noch zu bringen, dass die British Airways ums Überleben ringt und auch die Lufthansa langsam in diesen Zug kommt. Das heißt nämlich mit anderen Worten, dass man in Zukunft nur noch sehr wenig wird fliegen können. Das soll offenbar auch so sein. Das gehört offenbar alles zu diesem Transformationsprozess. Wir müssen in der eigenen Stärke bleiben, in der inneren Stärke, dass am Ende wirklich alles gut wird, wenn dieser Prozess des dunklen Tals beendet ist. Ja, und die Grundlage dafür ist, einen Begriff ganz genau zu beobachten. Das ist das Grübeln. Wer anfängt zu grübeln und sich seine Gedankengebilde immer mehr aufbaut, nicht so wie ich, wenn ich sage, ich baue da mal eine kleine, hübsche Verschwörungstheorie, und dann aber hake ich sie auch wieder ab und gehe wieder weiter fröhlich und motiviert durch den Tag. Das ist wichtig. Wir müssen in der Motivation bleiben und auch in der Fröhlichkeit bleiben. Ich sage immer, wer zuletzt lacht, stirbt fröhlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir eben halt auch fröhlich bleiben. Bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir anfangen zu grübeln, schrauben wir uns in irgendwelche Geschichten rein. Wir kennen das, wenn wir zum Beispiel glauben, dass irgendjemand vielleicht schlecht über uns redet, schlecht über uns denkt oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann fangen wir an und grübeln uns in eine Geschichte rein. Und ganz zum Schluss stellen wir fest, wenn es zu einem Gespräch kommt, man hatte die ganze Sache völlig falsch eingeschätzt. Der hat gar nicht so schlecht geredet. Und es war gar nicht so. Man selbst hat viel zu viel interpretiert und sich dann dort reingeschraubt. Und in diesem Sinne, das lasst bleiben. Fröhlich in den Tag. Euch einen wunderschönen Tag von mir. Alles, alles Liebe vom Silbersee. Ja, und wir hören uns später wieder beim Abendgebet. Gibt auch Euch einen schönen Tag bis dahin. Bleibt stark, bleibt fröhlich, geht raus in die Natur, umarmt einen Baum, hört schöne Musik, tanzt, singt. Macht das, was Euch Spaß macht. Wenn Ihr die Zeit dazu habt, schiebt es einfach zwischendurch ein und hebt Euer Immunsystem damit auf. Denn wenn Eure Seele schwingt und gesund ist, dann baut Ihr damit schon Euer Immunsystem auf. Und das braucht Ihr jetzt. So, und ich möchte jetzt Dein Baum sein. Du darfst mich jetzt umarmen. Okay, vorher machen wir hier Schluss. So soll's sein. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Vielen Dank.